Hallo, zum Thema Ableitung, die Technik des Differenzierens, gibt es auch weitere Aufgaben. Heute wollen wir uns mit dem Kettenregel beschäftigen. So, bei dem Kettenregel geht es um die Funktion f von x, die als g von h von x, f' von x ist gleich g' also g nach h abgeleitet, g' von x mal h' von x. So, und dazu machen wir eine Aufgabe. f von x gleich e hoch x minus 2 halben. Ja, da siehst du nach dieser Funktion g von h bezeichnen wir als e hoch h. Davon ist dann die Ableitung g' von h gleich e hoch h. h von x ist gleich x minus 2 durch 2. Also hier f von x gleich x, f' von x gleich 1. Nach dieser Regel, dass wenn man x ableitet, dann ist die Ableitung gleich 1. Wird x minus 2 abgeleitet, dann steht h' von x gleich 1 halbe. Weil bei x minus 2, bei x ist diese Ableitung, das wird bei x angewendet. Und k wird bei 2 angewendet. 1, 0, also bleibt 1 halb, wegen diesem Quatient 2. Weiter folgt f' von x. Nach der Kettenregel g' von h, also die. Und da, für die Funktion h ist h von x gleich x minus 2 durch 2, muss ich dann hier x minus 2 durch 2 mal. h' von x steht hier, h' von x ist 1 halbe. Also multipliziere ich mit 1 halben. gleich 1 halbe x minus 2 halben. Okay, wir sind fertig mit der Aufgabe. Ich habe das ganz langsam und ausführlich erklärt, weil sehr viele Schüler Probleme mit dem Kettenregel haben. Falls das doch zu langsam ist, dürft ihr auch weiter überspielen oder bei Fragen nochmal Kommentare da drunter schreiben. Ich freue mich drauf. Tschüss!